Herzlich Willkommen zum Anwendungsvideo von Innovo. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Shorts anziehen und das Therapiegerät bedienen sollten, um den optimalen Therapieerfolg sicherzustellen. Sehen Sie nun, wie einfach die Anwendung ist. Bitte probieren Sie die Shorts vor Therapiebeginn an, um zu schauen, ob die Shorts tatsächlich passen. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Innovo Therapiegerät vollständig geladen ist. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Tragen Sie während der Behandlung Unterwäsche, die die Po-Backen freilässt. Oder gar keine Unterwäsche, damit die Elektroden direkten Kontakt mit ihrer Haut haben. Drehen Sie die Shorts links herum, sodass die Elektroden nach außen zeigen, um sie mit dem Kontaktspray zu besprühen. Kleiner Tipp, hängen Sie die Shorts auf einen Bügel. Besprühen Sie alle acht Elektroden zwei bis drei Mal. Achten Sie bitte darauf, dass jede Elektrode gleichmäßig besprüht wird. Drehen Sie die Shorts rechts herum, sodass die Elektroden wieder nach innen zeigen. Ziehen Sie die Shorts an. Achten Sie beim Anziehen der Shorts darauf, dass Sie den Hosenbund nicht einrollen. Ziehen Sie nicht an den Anschlüssen. Stellen Sie sicher, dass jede Elektrode komplett auf der Haut aufliegt und richtig auf Ihrem Po positioniert ist. Überprüfen Sie, ob die Punkte genau am Übergang vom Po zum Oberschenkel liegen. Verbinden Sie das rote Ende des Kabels mit dem roten Stecker an den Shorts und das blaue Ende des Kabels mit dem blauen Stecker. Wichtig, bitte achten Sie darauf, dass beide Kabel fest in die Anschlüsse gedrückt werden. Verbinden Sie nun das andere Kabelende mit dem Gerät. Öffnen Sie gegebenenfalls die Anschlussbuchse. Bevor Sie das Gerät einschalten, suchen Sie sich eine für Sie bequeme Position. Sie können leicht nach vorn gebeugt stehen und sich dabei abstützen. Sie können aber auch flach oder mit etwas erhöhtem Oberkörper liegen, mit leicht angewinkelten Knien. Wir empfehlen, dass Sie Innovo im Stehen anwenden, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-Aus-Taste an. Starten Sie die Anwendung, indem Sie auf die Plus-Taste drücken und so die Intensität erhöhen. Am Anfang werden Sie nur ein leichtes Kribbeln verspüren. Anfangs werden Sie die Stimulation im Bereich der Purbackung fühlen. Sobald Sie sich an die Kontraktionen gewöhnt haben, sollten Sie die Intensität nach und nach erhöhen. Wundern Sie sich nicht, es kann durchaus einige Zeit- bzw. Anwendungen dauern, bis Sie die für Sie optimale Intensität erreichen und die Beckenbohnenmuskeln kontrahieren. Nach 30 Minuten ist die Anwendung beendet. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie zwei Sekunden lang auf die Ein-Aus-Taste drücken. Wenn Sie während der Behandlung eine Pause einlegen möchten, drücken Sie die Ein-Aus-Taste. Die Behandlung kann durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste fortgesetzt werden. Entfernen Sie das Kabel von den Shorts und vom Gerät. Ziehen Sie die Shorts aus, indem Sie das Bündchen nach unten ziehen. Falten Sie die Shorts in der Hälfte. Die Shorts sollten links herum sein, damit die Elektroden nicht geknickt werden. Bewahren Sie Ihr Innovo bis zur nächsten Anwendung an einem kühnen und trockenen Ort auf. So einfach können Sie Ihre Beckenbohnenmuskulatur mit Innovo stärken. Trainieren Sie mit Innovo und genießen Sie Ihr Leben wieder. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.